Norddeutscher Rundfunk 2021 Tschüss. Tschüss. Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter. Ich muss wohl bei der Familie! Oh Gott! Luri! Musik War Ihr Mann religiös? Bitte? Möglicherweise sind Ihr Mann und Ihr Sohn Opfer eines Rache-Aktes. Von wem denn? Haben Sie gewusst, dass Ihr Sohn das gemacht hat? Hat Sie trotzdem zur Polizei gekommen? Ich wusste es. Die in der Mordsache gemachten neueren Ermittlungserkenntnisse erfordern eine Hausdurchsuchung. Was für Erkenntnisse? Mein Mann hat niemanden umgebracht. Er wurde umgebracht! Stell Dir mal vor, die hätten mich und Rocco erwischt. Und Nuri hätte überlebt. Der hätte das ganze Geplänke nicht mitgemacht. Die werden ihre Strafe kriegen, das schwöre ich Dir. Nihil, you fucking bitch! Frau Sekutschi, haben Sie vor einem Jahr Drogen genommen? Nein! Sie haben Tag der Tat Drogen genommen! Nein! Du hast sie gesehen. Die werden dir das glauben. Sie haben noch nie! Damn! Das ist Haus, was honey!